Herzlich willkommen bei BFC TV. Diesmal machen wir es ein Stück einfacher. Wie wird dein Nachname wirklich ausgesprochen? Ja, in Ungarn wird das ausgesprochen Bojki. Und in Deutschland sagen die meisten an Bojki. Ja. Was hättest du gerne lieber? Mir ist das wirklich egal. Also ich glaube, die Leute aus Ungarn sagen dann auch schon mal Bescheid, dass ich eigentlich Bojki heiße. Aber eigentlich ist das egal. Damit haben wir es auch endlich mal aufgeklärt. Wie wird Andor wirklich richtig angesprochen? Als du vor kurzem Geburtstag hattest, haben wir gesagt oder geschrieben, nie war er so wertvoll wie heute. Du triffst und triffst und triffst. Wie erlebst du selber diese Momente des Erfolgs? Ja, um ehrlich zu sein, mache ich mir da gar keinen Kopf. Also ich gebe ja, also die Leute, die mich kennen bzw. ich glaube, alle, die mich kennen, sagen einfach, ja, ich gebe halt immer Gas, egal ob ich jetzt eine Minute spiele oder 90, ob ich jetzt eingewechselt spiele oder von Anfang an. Und ja, und wenn ich mich dann auch mit dem Tor belohne, dann hilft das, glaube ich, dem Verein und der Mannschaft auch weiter. Du selbst hast einen ganz speziellen Torjubel. Wie kam es dazu? Boah, sehr gute Frage. Weiß ich nicht genau. Eher, das war immer gegen die gegnerischen Fans, weil ich glaube, wir haben das öfter mal erlebt, dass wenn wir jetzt mal zurückliegen, gab es ja ein paar Situationen, wo die Fans dann schon sehen, ja, Auswärtssieg oder sonst was. Dann ist halt so ein Torjubel für mich einfach, ja, ruhig bleiben ist noch nicht zu Ende, das Spiel. Erst wenn der Schiri abpfeift. Gut, also das heißt, du bringst in dem Moment mit deinem Finger über den Mund die Kurve zum Schweigen. Genau, kann man so sagen. Ja, viele Last-Minute-Treffer. Du hast ja so, ja, doch für den einen oder anderen Herzinfarkt quasi in der Kurve gesorgt. Wenn du jetzt zurückblickst aufs letzte Wochenende, auch dort hast du wieder getroffen, wieder die Kurve zum Schweigen gebracht. Wie hast du den Sonntag erlebt? Ja, für mich war es natürlich sensationell, dass wir gewonnen haben und dass wir uns ja noch Ende der Saison uns belohnt haben, mit einem Sieg und die Meisterschaft dann klar gemacht haben. Ja, klar ist noch ein schönes Gefühl, dass ich noch getroffen habe, aber ich glaube, also war einfach ein geiles Gefühl für alle und war einfach eine Erleichterung, sage ich mal, dass wir endlich durch sind und erstmal die Meisterschaft geholfen haben. Ja, Meisterschaft heißt Medaille, 50 Pflichtspiele im Trikot des BFC Dynamo heißen immer Ehrung durch den Sonderzug Panko. Ringo, für dich die Möglichkeit, Andor nun den Pokal zu übergeben. Ja, im Namen des Sonderzug Panko, die Ehrung für 50 Pflichtspiele. Vielen Dank. Dankeschön. Und dazu kommt noch eine kleine weitere Überraschung für 25 Tore. Vielen Dank. Dankeschön. Andor, hoffen wir und drücken dir die Daumen, dass du weitere Fankurven zum Schweigen bringst mit deinen Toren. Wir sehen uns jedenfalls erstmal dann hier wieder am 28. Mai und dann gegen den Meister der Regionalliga Nordost. Und wie gesagt, Tickets auf bfc.com. Bis dahin und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.